Man sagt, dieser Ort schwärmt von Geld. Es wurde dort seit Jahrhunderten gelagert, aber niemand hat es geschafft, es von dieser Insel zu nehmen. Schatzsucher sind seit 1795 von diesem Ort verzaubert. Viele Menschen haben ihr Glück versucht auf der Suche nach dem Schatz, der dort von den spanischen Piraten oder sogar von den Tempelrittern versteckt sein könnte. Aber heute ist es unmöglich, dorthin zu gelangen, da es sich um einen privaten Ort handelt, so dass sie nur eine Bootstour rund um diese Insel buchen können. Andernfalls können sie einen Blick darauf werfen, in einer TV-Reality-Show mit den Lagina-Brüdern Rick und Marty, die ein Team von Enthusiasten sind, die nach den Schätzen der Oak Island in Nova Scotia, Kanada suchen. Ja, es scheint, als gäbe es keinen Ort, an den TV-Produzenten nicht gelangen können. Eine der bekanntesten Entdeckungen da draußen war die sogenannte Money Pit. Trotz des vielversprechenden Namens war sie nicht voll von Geld. Jetzt müssen wir 200 Jahre zurückgehen. Die Money Pit wurde erstmals von einem 16-jährigen Kind im Jahr 1795 entdeckt. Eines Tages ging Daniel McGuinness auf der Eicheninsel angeln. Dort sah er einen Baum. Überraschenderweise war es eine Eiche und sie hatte seltsame Markierungen. Sie schienen nicht natürlich zu sein, daher beschloss Daniel, das Gebiet zu überprüfen. Dann sah er eine versunkene Stelle im Boden und begann sofort zu graben. Seine beiden Freunde halfen ihm. Aber anstatt Schätze fanden die Jungs nur in regelmäßigen Abständen unterirdisch platzierte Baumstämme. Es sah aus wie ein Ort, an dem jemand Geld oder Juwelen verstecken könnte, aber es wurde nichts Wertvolles gefunden. Es gab jedoch etwas Neugieriges in dieser Grube. Jemand fand dort einen Granitstein und darauf war eine Inschrift eingraviert. Es gab viele Versuche, sie zu entschlüsseln, aber die meisten davon scheiterten. Es gibt jedoch eine Übersetzung und sie besagt, 40 Fuß unten sind 2 Millionen Pfund vergraben. Ja, McGuinness und seine Freunde hätten härter graben sollen. Das nächste interessante Ding über den Geldgraben ist die Kokosnussfaser, die dort unten gefunden wurde. Es wird gesagt, dass große Mengen dieser Faser in einer Tiefe von 60 Fuß gefunden wurden. Es mag sie vielleicht nicht überraschen, aber ich muss sie an eines erinnern. Oak Island liegt in Nova Scotia, Kanada. Kokospalmen wachsen dort nicht. Die nächste liegt etwa 2400 Kilometer von Nova Scotia entfernt, was klar macht, dass jemand diese Faser absichtlich mitgebracht hat. Forscher kamen auf die Idee, dass die Kokosnussfaser verwendet worden sein könnte, um Seile herzustellen und alle Schätze in den Graben hinabzulassen. Als nächstes haben wir nicht nur ein, sondern zwei Rätsel. Ende des 19. Jahrhunderts untersuchte und grub die Oak Island Treasure Company die Insel gründlich aus. Jeder glaubte, dass dort etwas Enormes versteckt war. Diese Leute schafften es, 153 Fuß unter die Erde zu bohren. Das ist so, als würde man 15 Stoppschilder übereinander stapeln. Sie haben vielleicht schon vermutet, dass sie nicht pfundweise Gold und Diamanten fanden. Aber sie haben ein Manuskript gefunden. Es gibt eine Theorie, die behauptet, es sei eines von Shakespeare's verlorenen Manuskripten. Einige Wissenschaftler glauben, dass es dort von dem Schriftsteller und Wissenschaftler Francis Bacon versteckt wurde. Dem wahren Autor von Shakespeare's Werken. Ja, das Gerücht besagt, es war Francis und nicht William, der all die Stücke und Sonette geschrieben hat. Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass dies wirklich so war. Der Geldschacht mag der beliebteste Schacht auf Oak Island sein, aber er ist nicht der einzige und auch nicht der erste. Vor der Entdeckung des Geldschachts bohrten die Schatzsucher in Smith's Cove. Während der Dammaufbau dort fanden sie ein Holzstück. Es war eine u-förmige Formation, die römische Ziffern hatte. Nach einer gründlicheren Untersuchung stellten die Spezialisten fest, dass sie vermutlich auf 1769 datiert wurde. Der Geldschacht wurde 26 Jahre später entdeckt. Dieser Fakt hat viele Spekulationen hervorgerufen, dass diese Struktur Teil des echten Schachts mit den Schätzen gewesen sein könnte, nach denen alle gesucht haben. Schauen Sie sich jetzt diese Tempelrittermünze an. Es war nicht die erste Entdeckung auf der Insel. Aber in gewisser Weise war sie entscheidend. Auch wenn es heute vielleicht nicht nach viel klingt, in mittelalterlicher Zeit hätte man mit diesen Münzen einen unvorstellbar großen Reichtum anhäufen können. Sie wurden typischerweise in europäischen Festungen gelagert. Für die Schatzsucher war diese Münze ein sicheres Zeichen, dass es auf der Insel noch mehr zu entdecken gibt. Die Logik ist einfach. Wenn es eine Münze dieser Art gibt, muss es noch etwas anderes geben. Und sie hatten recht, es war nicht die einzige Templer-Entdeckung. An der Südwestküste der Insel wurde ein Armbrustbolzen gefunden. Experten sagen, er stamme aus dem 13. Jahrhundert. Aber auch das war nicht das, wonach die Schatzsucher gesucht haben. Auf der Insel wurden noch mehr Münzen gefunden. Rick und Marty Lagina bagen dieses wertvolle Stück aus einem Sumpf. Die Münze besteht aus Kupfer und stammt diesmal aus Spanien. Als sie gefunden wurde, konnten die Brüder Lagina nur die Nummer 8 darauf eingraviert sehen. Später jedoch behaupteten einige Experten, diese Münze sei ungefähr im 17. Jahrhundert geprägt worden. Sie managt es, sie gut zu reinigen und sahen das Datum 1652 auf der Rückseite dieser Münze eingraviert. Es gibt eine Theorie, dass spanische Entdecker einen Schatz fanden, ihn aber versteckten, anstatt ihn dem König zu bringen. Also vielleicht ist diese Münze einfach aus der Kiste voller Münzen und Juwelen gefallen und ist Teil des Schatzes, den jeder wollte. Oder jemand könnte sie versehentlich verloren haben, während er den Schatz suchte. Wer weiß. Ein weiterer bekannter Schatzsucher ist Gary Drayton. Gary und sein Team sind zusammen mit Rick Lagina beim Metalldetektieren auf der Insel auf zwei Münzen gestoßen. Es handelte sich dabei um Münzen von König Charles II. aus dem 17. Jahrhundert. Auf einer von ihnen war eine sehr klare Inschrift zu lesen, die besagte, dass die Münze bereits im Jahr 1740 geprägt wurde. Ein weiterer Sumpfschatz möglicherweise spanischen Ursprungs befindet sich hier. Dieses Mal handelt es sich um einen Silberring. Ein Spezialist untersuchte ihn genau und berichtete, dass er zweimal repariert wurde. Der Ring wurde einmal vergrößert und auch einmal verkleinert. Er ist mit einem floralen Design verziert, das in den 17 oder 30er Jahren in Europa beliebt war. Unter all den anderen merkwürdigen Dingen haben Rick und Marty Lagina an Isaac Point einen silbernen Knopf gefunden. Der Knopf ist ziemlich alt. Er stammt angeblich aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und der berüchtigte Money Pit wurde später entdeckt. Deshalb war es kein großer Fund. Er könnte einfach zu irgendeinem Farmer gehören, der auf der Insel friedlich Vieh züchtete. Es gibt keine offizielle Aufzeichnung über eine Truhe voller Edelsteine und Münzen auf Oak Island, aber Enthusiasten haben dort einige Juwelen gefunden. Zunächst fand das Team eine Brosche mit einem herrlichen roten Edelstein. Sie dachten fälschlicherweise, es sei ein Rubin, aber ein professioneller Gemologe stellte fest, dass es ein Granat war. Das Stück war aus Silber und ziemlich alt. Experten glauben, dass es um die Jahre Iron 500 oder 1600 hergestellt wurde. Eine weitere Brosche, die sie fanden, hatte keine Edelsteine darauf, aber sie hatte ein kompliziertes Design. Es ist eine Brosche mit einem Blattdesign und einem verzierten Seil. Es gibt 13 Zweige des Blattes, was sofort mehr Geheimnis um die gesamte Schatzsuche schuf. Zunächst gibt es eine Schnitzerei mit einem 13 Zweigenbaum auf einem Felsen an der Nordküste dieser Insel. Was mehr ist, glauben viele Menschen, dass die Zahl 13 für die Tempelritter wichtig ist. Die Enthusiasten fanden auch eine Brosche nicht weit entfernt von dem Ort, an dem Daniel McGuinness, der Mann, der die Money Pit fand, lebte. Die Brosche wurde einem professionellen Gemologen, Charles Luton Brain, gezeigt. Er musste dem Team beibringen, dass dieses Schmuckstück keine Edelsteine schmückten. Tatsächlich war der Stein, der wie ein Edelstein aussah, nur ein Stück Glas. Es wurde jedoch mit einer speziellen Technik verarbeitet, sodass es sich um Bleiglas handelte. Die Enthusiasten beschlossen, die Brosche noch genauer zu untersuchen und stellten fest, dass ein Teil der Brosche aus Gold bestand. Die Spezialisten behaupten, dass die Brosche aus dem 14. Jahrhundert stammt. War das der Schatz, den jeder gesucht hat?